Herzlich willkommen bei OS-Datensysteme. In diesem Video zeigen wir Ihnen aus unserer leistungsstarken Produktpalette die Neuerungen des Moduls OSD Spirit. In diesem Video wollen wir Ihnen den Orbit-Modus für Spirit 3D zeigen. Mithilfe des 3D-Orbits fliegen Sie sozusagen um Ihr 3D-Modell. Der Orbit ermöglicht es Ihnen, sich um, über und unter Ihrem Modell zu bewegen. Dies erleichtert die Konstruktion im dreidimensionalen Raum. Das Icon für die 3D-Orbit-Funktion finden Sie oben links in der Symbolleiste. Ist die Funktion 3D-Orbit in der Symbolleiste aktiviert, erscheint anstelle des Fadenkreuzes eine Kugel mit Richtungspfeilen. Bei gedrückter linker Maustaste können Sie sich nun im Orbit-Modus um Ihr Modell herum bewegen. Mit dem Scrollrad Ihrer Maus können Sie näher an die Details Ihres Modells hinzoomen und sich mit gedrückter linker Maustaste wieder frei herum bewegen. Wenn Sie das Modell nun weiter bearbeiten möchten, müssen Sie in dieser Arbeitsweise immer den nächsten Befehl aktivieren, wie zum Beispiel Bewegen, wenn Sie nun hier etwas bewegen möchten. Falls Sie den 3D-Modus deaktiviert haben und nun etwas bewegen möchten, wir gehen beispielsweise nochmal auf Bewegen, dann können Sie den 3D-Orbit-Modus jederzeit über die Tastenkombination Steuerung gehalten und der mittleren Maustaste hervorrufen und sich nun wieder frei um Ihr Modell herum bewegen. Die notwendige Tastenkombination wird Ihnen auch angezeigt, wenn Sie mit der Maus oben über das Symbol des 3D-Orbits in der Symbolleiste herüberfahren. Wie bereits in früheren OSD-Spirit-Versionen können Sie auch mit gedrückter Steuerung, Taste und NUM-Block um Ihr Modell herum fliegen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.